Willkommen zu meinem Review-Video über das Lenovo Tab M10, dritte Gen-Tablet. In diesem Video werde ich dir eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Lass uns direkt mit den Merkmalen und Funktionen des Lenovo Tab M10 beginnen. Das Tablet verfügt über ein schlankes und leichtes Design, das bequem in einer Hand gehalten oder in einer Tasche mitgeführt werden kann. Dadurch hast du unterwegs einfachen Zugriff auf Informationen, Unterhaltung und Produktivität. Das Touchscreen-Display ist reaktionsschnell und hochauflösend, was eine intuitive Bedienung und flüssige Navigation durch Apps, Webseiten und Medien ermöglicht. Ein weiterer großer Vorteil des Lenovo Tab M10 ist die lange Akkulaufzeit. Du kannst das Tablet den ganzen Tag nutzen, ohne ständig auf eine Stromquelle angewiesen zu sein. Das ist besonders praktisch, wenn du viel unterwegs bist oder das Tablet für längere Zeit nutzen möchtest, ohne es aufladen zu müssen. Das Lenovo Tab M10 bietet auch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Du kannst es für einfache Internetnutzung und E-Mail-Kommunikation verwenden, Videos ansehen, E-Books lesen und sogar Produktivitäts-Apps für Notizen und Dokumente nutzen. Es ist wirklich ein vielseitiges Gerät, das sich an verschiedene Bedürfnisse anpassen kann. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, den Speicher des Tablet per Micro-SD-Karte zu erweitern. Dadurch hast du noch mehr Platz für Apps, Fotos und Dateien. Das ist besonders praktisch, wenn du viele Medieninhalte speichern möchtest. Nun möchte ich einige Testimonials von zufriedenen Nutzern des Lenovo Tab M10 präsentieren. Anna Capusta sagt, das Lenovo Tab M10 hat mich von Anfang an beeindruckt und ist zu einem unverzichtbaren Begleiter in meinem Alltag geworden. Dieses Android-Tablet bietet eine Kombination aus Leistung, Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit, die nur schwer zu übertreffen ist. Paul sagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Die Qualität ist auch sehr gut. U. L. sagt, die Größe und das Touch-Display haben mich überrascht. Das Tablet ist einfach einzurichten und über die Einstellungen lassen sich alle Punkte zur Benutzung prima einstellen. Die Bildqualität ist gut und Garming geht ohne Ruckeln oder Aussetzer. Kann ich für den täglichen Gebrauch nur empfehlen. Diese positiven Erfahrungen zeigen, dass das Lenovo Tab M10 von vielen Nutzern geschätzt wird und ihre Erwartungen erfüllt. Abschließend möchte ich meine Meinung über das Lenovo Tab M10 zusammenfassen. Das Tablet bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ein zuverlässiger und leistungsfähiger Begleiter für den Alltag. Es überzeugt mit seinem schlanken und leichten Design, dem reaktionsschnellen Touchscreen-Display und der vielseitigen Einsatzmöglichkeit. Die lange Akkulaufzeit und die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, sind weitere Pluspunkte. Natürlich hat das Lenovo Tab M10 auch einige Schwächen. Einige Nutzer haben berichtet, dass die Alexa-Funktion nicht vollständig integriert ist und es gelegentlich Probleme mit der Verbindung zu anderen Lautsprechern gibt. Diese Punkte sollten bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden. Insgesamt kann ich das Lenovo Tab M10, dritte, Gen-Tablet jedoch jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Android-Tablet sucht. Es bietet eine beeindruckende Leistung, eine gute Bildqualität und eine benutzerfreundliche Bedienung. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstütze mich damit bei der Produktion weiterer hochwertiger Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.